wo dunkle grüße und willkommen zurück darf hier also geradeaus und dann irgendwann recht sagte ich über links langsam aber okay aber ich will sowieso nochmals studiert wohler hin ich habe wir geben hier unser bestes ich brauche hilfe wo liegt denn das problem ich bin abhängig ein paar kurze handgriffe ja kann man tatsächlich machen okay ich war nicht sicher aber offenbar einfach geld zahlen abhängigkeit zusammengefleckt hammer tief durchatmen drogen junkie ad geil wieder 20 trage kapaziert mehr als vorjahres ist super irgendwann rechts hier rechts ach die trade of for it da war ich einmal drin für eine quest irgendwie aber sich da handeln kann die handelsaussicht verdient sich hier unten ein bisschen eine bessere hat sie ich kann aber der echte aus gibt es ja wohl gar nicht jetzt aber offensichtlich nur und dann vielleicht eine quest war die geist weiter mit sowas am hut so eine blöde kuh ich konnte damals schon ich leide jetzt recht weniger leiden aber danke fand wir endlich mal was rausgefunden hier wieder 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 mal das ist ich muss aber auch sagen ich glaube auch viel nicht alles aber viel meiner frustration mit dem spiel hat auch damit zu tun dass ich eben let's play stream und so weiter und so fort denn ich spiele es natürlich nicht so wie ein kann man das sagen normaler spieler und ich glaube david musst du warum würde ich damit spaß haben doch zurecht zu kommen viel am stück spielen keine langen pausen dazwischen machen so wenig andauernd tour du musst da wirklich reinkommen du brauchst lange um das spiel reinzukommen falls eben auch ein sehr langes spiel ist und das habe ich halt alles so nicht erlebt und ja da hat man keinen stress wenn man das alleine spielt auch so viel zeug hier schon wieder bei fahrt ich kann noch mal zur loge mein ganzes sachen da rein tun stimmt ja über eine endlost tour da wieder ein brauche ich die noch wahrscheinlich nicht die brauche ich dieses jedenfalls ja wenn das nicht so wäre wieso ist das so ein gewicht das war noch eine questsache doof ich glaube das tue ich aber ich weiß nicht was man braucht aber das will ich jetzt aus nostalgie gründen glaube ich an die tour tun und irgendwo anders hin ja jedenfalls keine ahnung kann man sich das vorstellen dass es einfach sehr viel geiler rüberkommt wenn man es am stück spielt mehr spielt und so weiter und so fort und weniger frustration dann einfach zustande kommt die ganze sache nicht habe jetzt macht ihr auch doof tatsächlich im stream mir immer wieder rum zu fummeln bei den ganzen einstellungen bei schnell reisen und so weiter und so fort das ist halt alles super umständlich das gibt nämlich aber cooler wenn es alleine für dich machst das ist einfach so was ja der grund ist wieso ich also mitgrund ist wieso ich dann das spiel komplett einfach jetzt auf haupt story machen durchspielen will fürs let's play und den rest dann bei zeiten für mich alleine dann offstream mache sonst wäre ich zum einen nie fällig mit dem spiel wenn ich das weiter spielen würde bis zum ende und alles machen das ist ja oberkrass aber jemals bei witcher gewesen ist und wie gesagt diese frustration alles dürfte sich deutlich aufheben wenn ich eben für mich spiele der spiel ist trotzdem gut trotz allem was ist immer wieder hier das zu sagen aber es stimmt nein ich also kann es ja ok alles alles was ich nicht brauche nämlich alles rein hier ne das verkauft wird irgendwann nochmal schriftzeile brauche ich wohl könnte ich sinnvollerweise vielleicht ins schiff einlagern dass nämlich 60 masse sehe ich gerade das ist nicht wenig wenn das raumschiff noch platz hat ob der nicht hat eine waffen verkauft dachte ich habe eine versehen ist davon weg ja alles lagern alles lagern die bräuchte fest irgendwann alles lagern zack zack ich weiß immer noch nicht habe ich wenn ich alles lagere darauf zugreifen kann bei forschung der gleichen habe ich vorstelle wieso nicht als eigentlich bauch das alles zum forschen eigentlich überhaupt nicht was er ehrlich ist und sicher doch nicht wird sicher doch nicht lieber bei mir ist ein lüksbringer ist klar knapp zwei stunden im spiel sie ist ja am anfang hat kein spaß gehabt im spiel zwar hat der kampf mehrere stunden wieder reinkam muss ich sagen konnte das spiel ist cool hat die ersten vier stunden waren eher schlecht mein empfinden tatsächlich als gut das kann ich so sagen das hat sich gemacht aber wenn er die meiste viele meiner kredit punkte bleiben natürlich trotzdem am spiel ist es ja nicht so dass ich es auch zur luft greifen würde aber der einstieg war sehr sehr zäh und wenn ich mit outer world vergleiche das ist ja im prinzip das gleiche spiel oder so willst du in kleiner outer world zwar überragend als spiel was war überragend das hier ist nur gut weil outer world aber auch deutlich kleiner war einfach das ist das ist zu groß ich finde es zu groß das ist auch der wird es quasi gesund geschrumpft im vergleich oder so willst würde ich durchaus so behaupten ich habe ja die hatte faktale bei mir schiff zum schiff wollte ich nein zum schiff land ist genau dahin und was trinken kalter tee ist noch schlimmer als warmer tee ich hoffe ich habe etwas nachfüllen da tropft es noch raus sehr schön gute ein maiden tasse bravete tasse ja ja ich habe sie reaktiviert ich habe gestern auf der tasse gestern sonntag die zeit verschwindet man nicht arbeiten geht habe ich ja aus der anderen tasse getrunken bei meinti das irgendwie weil auch nicht aber jetzt wieder aus der richtigen tasse die maiden tasse ist die tasse und dies von google wird es politisch ist ja wie wir wissen ist ja ganz klar die kaputt das weiß ja jeder ist ja common knowledge warte wie ging es doch gleich wenig gemacht ist ja sowas hier machst du regelmäßig verschwindet wieder im gedächtnis aber inventar und jetzt auf schiff richtig genau auf frachtraum nie andersrum hilfe gewicht schätze ich ja ja das ist doch alles rüber ins schiff und vieles mal 76 masse geil damit kann man auch leben damit kann ich leben dann gehen wir noch mal schlafen ich dachte schon du hältst winterschlaf das hat getäuscht und jetzt geht es weiter zur hauptmission also mal ungefähr fünf sechs mal springen da war ja was ne noch drei tage warten auf dem ist meine güte die zeit vergeht ja auch bloß opala nur so halbwegs wenn man aber nur spielt das spiel ehrlich jetzt hier ich drücke x übrigens passiert nichts meine güte es passiert nichts ich sag es bringt nichts von pirat ich will dahin also woran das ist ja wohl treibstoffe kommt kriegt doch mal an es geht nicht mich hat der falschen ding ins hier kann ich auch inspringen das geht aber so klick drauf fertig aus haben wir das hier nicht aha ja das weiß ich auch aber für die roten teile hier habe ich sprit für das war ja für den ganzen sprung bis nach hinten gewesen nicht für dieses kleine zum nächsten system habe ich auch lang gesprungen das war es ja nicht ich kann nicht mehr anklicken und mir sagen dass ich da nicht hinspringen kann hier er wählt sich nicht aus ich klicke darauf wie bild das system nicht aus warum ja jetzt geht es auf einmal weil das für die falsche system es ist doch zum kotzen klick 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 ehrlich jetzt wolf wolf geht mal zwei klicks geht 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 nicht geht wir nicht hier gibt wir nicht geht 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 er will das nicht auswählen ich kann das nicht auswählen ich will nicht rein ins system wieder hinspringen auch komm schon jetzt ehrlich was soll das klappe zu ich habe zu tun wieso bin ich wieder hier ich muss doch hinspringen wieso zeigt er mir den kurs jetzt nicht tausend mal klicken ich mache echt nicht mehr als muss die maus durchlegen mal geht es das ist aber so schlimm wie heute war es noch nie gewesen das ist mal nicht geht okay aber jetzt tausend mal klicken muss das passiert gar nichts habe ich zum ersten mal heute ich weiß es nicht was da los ist ich weiß es beim besten will nicht wenn du klickst die kommen trotzdem an ich meine ich höre das feedback vom klicken daran liegt es nicht dass die maus das defekt oder so was in der richtung das ist es nicht das ist einfach nur spiel dass das nicht korrekt zuordnet da lang ja toll aus geht aber ich will dahin springen ja was alter ist mir ein rätsel das geht heute gar nicht da ist voll der wurm drin also im ernst jetzt da ist voll der wurm drin ist das ein bug vielleicht am ende? gab es einen patch der alles verschlimm besser hat? noch mehr? egal ob ich klicke ich muss immer nein ich klick klick heißen nein ich in das system rein was soll denn das? auch nur mit maus klicks dass ich in das system reinkomme aus welchen gründen? das war vorher gar nicht so oh 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 ganz tief durchatmen das wird's schon zack und weiter ich will hier Planeten ich will hier hin die ganzen einzelsprüge sind auch super nervig nein damit jetzt geht es gerade alles cool hoffentlich bleibt es dabei ein sprung muss aber noch bedauerlich verweisen ach schön ich kann direkt dann nur das hier ansteuern zu müssen vorher das ist ungewöhnlich das war weil es immer systemisch springen vor krägern steuern kann ich finde es gut dass es auch mal jetzt so geht aber das merkwürdig da ist übrigens ein raumschiff von den sternblütigen deppen jetzt mal gar nicht wahrgenommen dass da ist sind sie jetzt auf den boden geflohen alles wurde an der letzte kampf doch hier face to face das war ein stündchen power net ich bitte dich nichts organisches vielleicht wertvolle mineralien stimmt auch immer noch nicht hier haben wir flora und fauna laut bei dem scanner weiß zwar nicht wo aber irgendwo gebrauchen sollten soll es das geben das ist eher mineral also wasser lauf 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 was nur ein schiff ne dem schwarzen typi also ich nirgendwo noch nicht ich laufe weiter hier liegen meine experium hätte kriegen können welches früher hier gewesen wäre scheiße das ist ja traurig man niedrig jetzt liegen ich sehe schon hier hat jemand gewütet und ich habe auch wer da kam ich habe da so eine leise ahnung ganz leise und ich sehe ich hätte ein bisschen munition kaufen können ich habe nicht mehr so viele aber naja da ist das ist boba fett auch die hat keine chance gegen den typen hier gut das ist eine wie kommt da jetzt rein und raus und wie steht das überhaupt und deswegen schwebt ja offensichtlich aber kommt das raumschiff wobei er quatsch er kann sich herumteleportieren einfach unterteleportieren finde ich aus das kann der ja der jungen auch richtig viele loot sachen und so aber ich auch nur so halb interesse daran gerade und das ist fast schon ein frevel das zu sagen und ganz untypisch für mich aber ich will mich wieder voll knallen mit sachen wo ich gerade alles leer gemacht habe du hast auch einen guten raum dazu dreht man nicht rum hier wenn die tatsache dass die tausend leichen rumliegen beunruhigt mich nicht die tatsache dass die tausend leichen rumliegen und ich alle looten kann munitionen gelten so weiter das beunruhigt mich man bereitet sich einfach um den showdown vor und das ist das nächste und das ist natürlich das was gefährlich ist es ist aber das ist nicht wie ich dachte dass sie es sein werden wo ich weiß ein granaten halt also wenn man sich wieder aktivität hat wegen dieser fähigkeit aber haben sie alle nicht was wir sehr zugute kommt natürlich naja ja toll stirb was er ist doch frisch haha ach ja sie hat ja nichts übrig zu werden schweine Ich komme jetzt hoch im Guten. Aha. Ah. Muss ich vielleicht gar nicht. Au. Aua. Hör mal. Echte bescheidene Feuerrate möchte ich gerade wieder mal. Na? Aber es ist ja ein nettes Nahkampfgees. Finde ich sehr sympathisch so als generelle Kampfart. Voila. Aua. Ich gehe mal eben auf. Ach siehst du, weil die falsche Abwälzigen die Feuerraten statt. Ups. Stirb nicht Andrea. Brauch dich noch. Oh ja. Lieber das besser. Warte. Schwier 13. Ziele. Das ist schön. Da war es ja auch so. Ja, oder? Nicht so alles kann. Aber ich sage es immer wieder mal. Wenn man einfach mehr kräftig gleichzeitig haben könnte, wer spielt so viel geiler am Kampf. Weil ich ja immer auch nicht sehr viele Kräfte habe, ich habe nur drei Kräfte bisher gesammelt. Ich habe noch keine andere vom Umfang, was man also haben könnte, aber sowieso. Ich muss eine auslösen kann, ist auch sehr müßlich alles zusammen, wie ich finde. Da mag eine supergeile dabei sein, eine supergeile Kraft, aber wie sie die gefunden habe. Ob ich die auch finde, weil es vielleicht gar nicht gibt. Ah ja. Ich wollte nicht mit dem Scheißen. Oh, ich fiel von euch hier, ne? Die Bürger geschossen. Ey, ich habe schießen. Scheiße. Ihr hau doch ab. So viele so schwach. Das ist unglaublich. Ihr seid Sternblütige? Ihr weicher, ja. Piu. Ach. Ich habe jetzt aber ganz schön beim Umfliegen. Stirp. Ach. Nein, glaube ich nicht. Meine Munition ist auch hier bald alle. So, muss ich davon einfach hinlaufen, wo die alte Töten, weil die kommen und kommen neu. Ne, ist auch nicht von der Sorte. Oder? Ah. Pusten ist Mist. So. Jetzt haben wir noch drei. Zwei. Jetzt ist noch zwei. Ich hoffe, es bleibt mit den letzten beiden. Au. Dann reicht es mir nämlich. Euch. Aua. Der hat aber Schaden, der Typ. Was ist hier los? Haha. Dankeschön. Ja, zum Glück habe ich mein Leben noch vorher erhöht hier, ne? Hätte auch noch mehr sein können, rückblickend. Ey, Musa. So, frag mich mal. Frag das mich mal. So, dann haben wir noch. Ey. Der ist ja alle Musa. Ist das aber der Titel? Oder ist es eher der lege Charakter? Weil es kann ja sein, dass es diverse Musas aus diversen Universen sind, theoretisch. Wobei ich auch bis jetzt nicht weiß, ob dieser Sam-Gesandte nur ein Sam-Gesandter ist und ob es davon mehrere gibt. Das wird auch nicht so ganz eindeutig bisher im Spiel. Und Multiversum und so weiter spricht ja alles dafür, dass es hier alles mehrmals gibt. Außer mich offenbar, weil ich hier nur die Karte zu sein scheine. Kreditze. Ach, das waren ja gar nicht viele lege ich da gerade. Und so wenig XP gab es dafür. So wenig XP. Die dreh ich. Nee, mache ich alles nicht. Ach, Verzeihung. Der Husten ist gerade. Macht sich bemerkbarer, glaube ich. Vielleicht soll ich mal einen Schluck Tee trinken. Wie wäre es? Macht mal mit. Melbourne-Tasse. Tee. Geil. Ja, läuft. Hui. Kredits. Dietrich. Oh, hier gibt es viel Dietriches. Finde ich gut. Ich meine, klar. Auch wenn man die Hauptmission nachher durch hat, wird man das Spiel jetzt trotzdem noch ewig weiter erkunden können. Der Nose ist ja merkwürdig auf die eine der letzten Missionen so viele Sachen zu kriegen, wenn es das Spiel danach zu Ende ist. Aber ist ja hier nicht der Fall, wissen wir ja. Weiß ich, ohne das Spiel jemals durchgespielt zu haben, dass es danach lange, lange weitergeht, weil wir haben noch tausend, tausend neben ist und ist ja völlig klar. Das sehe ich ja nichts. Nee. Kein Bock jetzt. Das frisst unnötig Zeit und ich glaube, der Loot muss sowieso nicht geiler werden. Hier. Kleinen Besuchten für mich. Die nächsten. Äh, ich hab's geahnt. Es musste noch ein paar von den Leuten kommen. Warte kurz. Das war knapp. Das sind gar keine Sperenblüter. Mensch. Mein, mein. Entweder, was? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ich hab keine Ahnung, was ich ganz wache. Die Story-mäßig. Okay, aber Tempel offensichtlich. Gott. Ey. Au, au, aber es sind trotzdem sehr angenehme Gegner, jetzt gegenüber den davorigen. Hallo? Ach, komm, schon bitte, der Kopf geschossen. Ah. Echt mal, du Loser. Ich brauchst du mit meiner Munition langsam alle, immer noch. Ich finde alles, dass ich keine Munition, das ist sehr ärgerlich. Das war, wir können hier Leute. Der Tod wird euch holen. Ja, ja. Hab ich schon oft gehört, so was. Hä, liebst du noch? Nicht tot spielen. Wird, Mann. Stell doch auf. Ich hab doch nicht blind. Nicht ganz. Ja, ich komm rein. Ouch, ouch. Das ist echt was sehr endgameartig. Ich bin sicher, es kommt da, weil ich war nicht allein schon, weil ich ja noch wie Sam verabschiedet habe. Wenn ich jetzt hier noch nicht das Ende ist. Aber hat einen sehr, sehr endgameartigen Vibe gerade. Trotz der fünf Gegner. Wer trotz der Level 70 Sternensystem richtig, glaube ich, das ist auch ganz merkwürdig ist. Ja, mach mal, Andrea, mach mal. Ich bin so lange hier drin. Ich gucke mich ein bisschen um. Wir haben ja Zeit. Hab länger wieder kein Skillbuch gefunden, wenn wir gerade so aufhören. Aber ein Spinden, glaube ich, gibt es die auch gar nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Hat natürlich nichts zu heißen, aber... Ich würde sagen, gibt's nur worumliegend. Das war ja gemeint von dem Sternenhüter. Apollos, einer war echt Platztauschen. Wir haben etwa die Typen jetzt... Ich kippe, der rekrutiert du hast, du musst zufassiger zusammen kämpfen. Weil der sich einmisch da oben. Erlebe den Tod. So. Uh. Das erste Mal, dass ich physisches Loot bekomme von so einem Sternenblüter. Okay. Das wird gefeiert. Mit dem Fortgang der Story, würde ich sagen. Zack. Und einen Schluck Teechen. Der Sieg ist Schluck. Jam, 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 jam. Und durch da. Ich hoffe, hier kommt kein Gegner. Das wäre ganz schön schwer. Ja. Ui. Weil ich habe schon ein, zwei Sachen ja gefunden hier, die ganz gut aussahen. Müsste ich mir durchaus mal wieder ansehen. Im Iman-Tarfe. Da habe ich gerade eine krasse Waffe gekriegt, die besser als alle mal anfolgen sind. Ich nutze sie einfach nicht, falls sie nicht ansehen. Wäre schön tupf, oder? Aber so bin ich halt manchmal. So. Jetzt aber nicht. Kurz nachsehen. Ah, die ist neu. Schwache Schrotwinte. Habe ich besseres? Pistole. Und zwar eine ziemlich starke vom Reinschaden her. Geil. Der Schaden stimmt auf jeden Fall. Ist es zwar immer noch schwächer als mein Regulator, sehe ich gerade. Der Regulator. Das ist ja eine extremen Klinge... Warte. Ich habe den gerade ausgerüstet. Ich schieße hier mit schneller? Okay. Aber, Waffenschlägen, doppelten Schaden... Mach ich gar nicht so was. Angriffshempo schneller? Ich weiß nicht, ob er was bringt, wenn ich Feuerrate habe. Durch den Panzer. Meine reine Schaden ist okay. Aber... Nichts, wo ich sagen würde. Wow. Das Einzige, was gut ist, dass es noch mal eine andere Schaden-Ammunitionsklasse hat. Und ich habe sowieso einen Freier. Also was soll es kommen? Was überlege ich überhaupt? Einmal ausrüsten. Sieht bescheuert aus. Aber... Hat er ordentlich Magazin. Und eine Pistole, also... Deftiger Bonusschart durch Skills und so weiter. Also es passt schon. Denke ich. Sogar Treibstolen. Solange die auf verschiedene Dingens zurückgreifen. Äh, Munitionsdingens. Das ist für mich völlig okay. Was macht er da? Spinte looten. Was er gar nicht mehr machen wollte. Ach. Oh, nee. Das nimmt die Überhand. Oh, warte kurz. Das nimmt die Überhand wegen Spinten. Was ist los mit euch? Das kann ja euer Ernst sein. Ich mache das hier nicht. Ich mache das. Ich weigere mich. Hust. Ich weigere mich einfach, Igeroos. Warte, da komme ich gar nicht lang, wa? Oh, doch. Ich denke schon. Oh, doch nicht. Ah. Äh. Uh. Hä? Ah, ist eine Tür. Sieht aber zu aus. Credits. Ah. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Das ist ja bloß Lootzeug. Ach, du Kacke. Sacki. Äh, nee. Schau mal falsch. So. Äh. Ein Vierer hätte ich hier einmal. Ach, der geht gar nicht. Ich ahne, das geht schon wieder nicht. Seid ihr passt. Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Ich behaupte mal wieder das Gegenteil. Das ist sowieso eine tolle Art und Weise. So. Und zwei. Jetzt gibt es noch einen kleineren 2. Alles gut. Alles gut. So. Keine Panik. Jawohl. Jawohl. Für sowas mache ich Schlösser auf. Für Munition. Alter. Für Munition ohne Ende. Das war meistens nicht die, die ich brauche. Aber ja, was ich ja... Ich glaube, ich habe ein ganzes Spiel so kein krasses Munitionslager gefunden, wie das hier. Cool. Kann ich nicht so schlecht. Aber nee, danke. Das ist mir zu schwach. Also es ist, ähm... Also es ist, ähm... Wieder mal bloß, äh, normale Sache. Ohne Wege Boni und so weiter. Also lass mal. Ohne Wege Boni und so weiter. Ohne Wege. Ich bin, dass du.